ja so das ist sehr schön dass die festung eigentlich gar nicht so weit entfernt ist tatsächlich hat nur zwei lohnrouten wie der führer ja ich habe eine die wir jetzt hier kaputt alle das ja ich würde sagen jetzt ein paar wir kämpfen jetzt hier die hitten gut geht die trifft ja alter entspann ich habe ich halte kurz zurück weil ich wurde ein bisschen gefickt ja wiedergebend verbrennen die lohnrouten oder was ich hab schon wieder keine oder die lassen halt keine tropfen immer ich denke die tropfen nicht immer selten eigentlich weiß nicht was hast du denn für einen verzauberten bogen also für eine verzerrung stärke 1 nur ganz schlicht ganz schlicht ja ja ich habe fast keine pfeile mehr fällt mir glaube ich auch so gut zwei pfeile fuck wow ohne lohnrouten geht er gleich mit dem schwert einfach an und fetzt die art der sind ja pfeile kommen jetzt zu schauen das ist dumm was ich mache aber ist egal lohnrouten so ich halte mich mal zurück haben wir da begrenzt dann könnt ihr da nicht rauskommen ja in schon der crack muss man mir sagen dass ich als aufgrund meiner auf der aufgrund des volumens meiner eier dass ich dann ziemlich gut abgeht ja aber wir müssen ja immer das dann kaputt machen ist ja soweit kein problem ich habe keine feine mehr wo die dreckstau trifft trotzdem vorsicht du stehst im teuer wenn du zurück ist ich glaube da steht gleich jemand aber das feiern nervt ja ich würde sagen eigentlich wir brauchen wir davon keine ahnung kommt auf an wir können zwei ich habe sieben wir können ja jetzt mal weitergehen kloster noch ein bisschen holen und so wir wissen ja dass der da ist der spanner koordinaten aufschreiben hast du die weißt du die ich kann man einfach mal hier machen dann sehen wir das in der aufnahme kann ich immer nach vorne ist sogar close und direkt ja genau jetzt bevor sich die kommen von oben also die sehen uns ja hat die jetzt okay eigentlich können fliegen ja die kann fliegen zumindest ein bisschen oder jetzt sind aber viele ja gut jetzt wo wir gehen wollen weil ich ja schon mal ein paar pilze kommen glaube ich auch um ich habe noch so eine lunte gekriegt eine lunte oder wie heißen die lohnruten lohnruten sowie kommen wir dahin drecksau ich glaube doch kein so guter ort hier um ähm ich glaube du hast ihn getötet um um äh close zone zu farmen wow der pen hat mich erwischt ja überhaupt kein guter ort um close zone zu formen überhaupt nicht egal da gibt es mit sicherheit noch andere stellen wow alter leck mir die kämmer weil waren wir da schon aussehen dann kann man nicht so gut laufen ich mache einfach mal zu noch mal die festung kaputt bist du denn ich habe ich bin immer noch bei den bei den freunden hier und habe da mal zu gemacht ich weiß nicht ich glaube wir sind von hier gekommen sogar wir waren hier drin aber hier gibt es ja sonst nix meines wissens wo bist du denn eigentlich bin da ich bin da reingegangen in die festung wieder aber auf eine andere auf der anderen seite also ich habe mich durchgegraben das ist ein bisschen ich bin jetzt quasi hier noch bei den typen ja ich komme gleich wieder so ich glaube ich kann oder gibt es ja auch die slimes die lava wie heißen die evil slime ich höre auf jeden fall ein ich hole dir mal auch ein kleiner toll toll nix mal nicht mal was getroppt penner kleiner hua ich komme mal wieder raus da kannst du ja mir folgen oder so ja ich bin da wo ich vorhin war ja wieder voll erwischt die sau da war das oder ob er ich will nicht sterben auf abstand und sterbe ich habe den wick ich habe mich verlaufen haar file bio ich bin von wo bin ich gekommen hier gibt es aber geräusche ja da kackt sich der manch eine schon gut in die in die hose das wäre dann auch von meinen feilen gewesen da um ist clauston ist dass das clauston ja ich sehe den namen ich habe doch wieder sonst lang gehört da irgendwo moment war das nein vor die treffen aber alles die trend wenn alle ich doch in loch gefallen weil ich jetzt so vorsichtig aber wenn denkt wo ist da ein slime drin aber jetzt lass irgendwas tropfen ich glaube die kleinen lassen nix tropfen die schweine so bist du denn ich bleibe jetzt extra hier damit du mich wieder findet aber du kommst nicht zu mir ja ich bin in loch gefallen ich bin gerade ein bisschen verwirrt da ist ist dass der clauston ich glaube ich bin unter dir so ja ich bin da halt in loch gefallen tut mir leid jeder wieder hin hast du noch ein paar lohnroute eingesammelt oder ich habe sechs stück hier lässig so bin ich jetzt gelandet ich glaube da will oder ich glaube ich hätte uns lang ja aber da wage ich mich nicht hin fakt ich habe mich echt verlaufen gerade wo ich ja ungefähr weiß wo du da ist clauston guck mal an irgendwas lassen sich nichts trocken die schweine bin ich zu dumm das zu checken oder ist clauston überall mit was macht man die kaputt wie kann man damit ja du kannst irgendwo oder ich sag die gleiche koordinaten ich weiß jetzt nicht genau wie du bist ich dachte was zu mir zurück ja ich habe jetzt hier clauston gerade das so ich noch mit wo wir gerade da sind ich bin irgendeiner direkt auch unter der festung ich weiß jetzt nicht glaube ich muss da hoch die treffen tatsächlich alles ne ja da zeigt man den den kleinen finger und die fiest in deiner ganzen hand pass auf mich hast du stirbst es müsste ich gerade sterben los don't für den pappi das ist gefährlich was ich mache aber ich will den clauston so eine schöne mitnehmen fette auf mich oder fast alles zumindest so wo soll ich mich erzogen ohne gas ich habe mich hoch graben warum ich da brauche ich ja mal das hier nein 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 gas ich habe keine feine oder 3 was ist mit dir los eigentlich mit mir ja was soll mit mir los sein wo tschüss ich habe keine ahnung ich baue mich jetzt mal nach oben aber da ist ein gas ähm ich komme wow 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 bitte ne also wieso so jetzt weiß ich nicht wer die hat ah ja jetzt weiß ich wo ich bin da oder da waren wir doch reingegangen ach so jetzt bin ich ganz am anfang von der festung worte fand ich ich sehe den namen auch nicht da geht es runter woher hat er ist ich sehe den namen ich habe den namen gut gesehen da bist du ja das kommt er denn her draußen warten da war einer aber ich weiß wo der her kam was ein gast neee so und äh glowstone tut da oben ist er ja 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 da oben ist er ich habe keine feine mehr oh bitter oh bitter der gas macht mir immer angst scheiß kräuter das gibt es eigentlich noch hier zu holen also da sind ziemlich viele viecher drin und die haben schon ziemlich viel gedroppt aber ich kann es nicht abholen also wenn du da reingehst du direkt mal zehn level höher oh ne sag ich ja das ist bitter von außen irgendwie mit feilen wieder aber ich habe keine mit ich auch nicht soll wir mal weiter gehen gibt es hier noch hier ist eine portion nichts ah da gibt es auch noch oh das ist noch ein spawner das ist jetzt irgendwie bitter oder auch geil und nicht kaputt machen ne ne lassen wir den mal auch leben aber machen wir hier mal zu man kann lieber man kann die spawner doch glaube ich auch abbauen oder ich bin lieber mal weg für weg hier oh faaa man kann die doch auch abbauen die spawner oder mit einer behutsamkeit spitzhacke oder geht das nicht äh ich glaube nicht nicht das wäre nämlich lässig dann könnte man sich so eine so eine falle bauen oder so ein ding bauen und den dann rein ich weiß nicht ob man die gut fallen kann dann aber in der normalen welt so ja genau oder zumindest in ein loch wo man die dann abschießen kann wow 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 was machen wir wo geht es lang gut wir haben ja schon einiges jetzt mitgenommen klausern habe ich genug wie viel hast du von denen ich habe sieben voll was lohnruten acht ich weiß nicht also da sind auf jeden fall noch drei vier drin mann ja ja aber wie soll man das schaffen mit äh fit töte mich nicht schon wieder ah ne ich töte dich ja mal so jetzt ist wow so jetzt können wir kurz rein und sofort wieder raus ich hab alles alles klar okay gut wir können ja immer wieder oh level 20 töte mich bitte nicht nein nicht schon wieder ich bin level 14 so was haben wir denn ein gold nugget ja gut wenn wir tränke brauchen äh braun halt dann können wir da ja wieder sachen gold nugget kriegt man durch die pikis gell genau wie ist das sind wir auf dem rückweg oder wohin gehen wir ich glaub wir gehen mal wieder raus oder brauchst du mehr glowstone oder ich hab zweieinhalb sechs fast drei weißt du wo es raus geht ich glaub da dann oder das war jetzt echt lässig dass wir nicht die festung suchen mussten aber wie meinst du dass die direkt am spawn aber ach so ja 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 da geht's raus sicher ja da oben noch glowstone also ich hab gar keins echt nicht ich glaub einen block hab ich ja tatsächlich ich hab noch ja ich hab acht acht staub hab ich ja 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 also äh staub hab ich auch zweieinhalb stecks ah ok also keine steine äh keine ja close stones halt wo war denn unser da oben glaub ich war das hier ja ja super sexy weiß jetzt nicht was man hier im nähter noch oh sag doch was weiß jetzt nicht was man im nähter noch alles holen soll so kann man ja aus den äh enderperlen ender augen machen ja ja was braucht man dafür Lohn Lohnstaub oder ja genau ja genau das wollten wir auch machen weil wir es oh jetzt können wir auch endertruhen machen stimmt Ja, jetzt haben wir alle Möglichkeiten of the World.